Der Hanse-Merkur-Vertriebs-Podcast. Wertvolle Tipps und aktuelles Wissen für Vermittler. Von unserem heutigen Gast habe ich diesen wunderschönen Satz das erste Mal gehört. Mein Blut ist grün. Und irgendwie glaube ich ihr das sofort. Ganz herzlich willkommen, Caro Wulf. Schön, dass du da bist. Hallo, Katrin. Schön, dass ich hier sein darf. Und sorry, ich muss dich gleich enttäuschen. Das ist ein ganz mieser Auftakt, aber ich komme gerade von der Krebsgenblutentnahme. Es hat sich doch als rot rausgestellt. Nein, aber du hast wirklich recht. Mein Herz ist sicherlich grün tatsächlich. Ja, danke für die Klarstellung. Okay, dann bleiben wir einfach bei der bildlichen Annahme. Dein Herz ist grün und dein Blut auch. Warum ist das so? Und was ist eigentlich dein Aufgabengebiet, Caro, bei der Hanse-Merkur? Ich bin ganz, ganz früh in diese Branche reingerasselt. Das ist quasi schon in die Wiege mitgelegt worden. Mein Opa hatte eine der größten Agenturen von einem schwarz-gelben Mitbewerber. Als ehemaliger Kumpel ist er da auch so reingerattert. Und das heißt also, mein Herz an die Branche habe ich schon wirklich in Kindesjahren verloren. Und bin dann 2007 zu Hanse-Merkur gekommen schon. Also bald auch fast schon 20 Jahre, verrückt. Ich arbeite jetzt für die Makler-Orga, schon seit Anbeginn aller Zeiten immer im Vertriebsressort gewesen. Und habe mein Herz an den unabhängigen Vertrieb verloren tatsächlich. Und mache da alles rund um Content-Erstellung. Das heißt, unsere Vertriebspartner, unsere Vertriebsleiter kommunizieren ja mit ihren unabhängigen Vermittlern, mit Maklern. Und diese Content-Arbeit, die unterstütze ich in allen drei Geschäftsfeldern, Kranken, Altersvorsorge und in der Tier- und SHU-Sparte. Prima. Das klingt nach einem bunten Job- und Aufgabengebiet. Ich glaube, das macht dir auch sehr viel Spaß. Ich habe dich heute eingeladen, um dich zur KV zu befragen. Und zwar sind wir jetzt ja schon so am Ende November, Anfang Dezember. Ich weiß, intern ist Produktionsschluss bei der Hanse-Merko am 13. Dezember. Aber die Frage ist, wie kann ich denn jetzt noch tatsächlich KV-Geschäft generieren? Wie kann ich jetzt noch Kunden überzeugen, zu Hanse-Merko zu kommen? Egal, woher sie kommen, aus der GKV oder einer anderen privaten Krankenversicherung. Wie sieht es denn da aus? Erstmal vielleicht zum Timing. Das Timing ist, da müssen wir uns auch die Kundengruppen angucken. Du hast sie gerade schon ein bisschen angeteasert. Wir haben natürlich die große Kundengruppe der PKV-Wechsler. Also die, die von einem PKV-Unternehmen im besten Fall zu Hanse-Merko wechseln wollen. Das wird meistens ausgelöst durch eine Beitragsanpassung. Und diese Beitragsanpassung schreiben die Trudeln im Laufe des Novembers bei den Kunden ein. Und ab dann beginnen die Fristen zu laufen. Dann hat zwei Monate Zeit, sich einen neuen Anbieter zu suchen. Und das heißt im besten Fall bei uns nämlich so, dass wir zwar am 13.12. Bestandsschluss haben, aber das Jahresendgeschäft für uns noch mindestens fast einen Monat weitergeht. Also ich glaube, die letzten Anträge werden hier Ende Januar poliziert werden. Mit noch rückwirkendem Beginn zum 01.01.2025. Und da hat man wirklich noch einen guten Spielraum, um den Menschen vielleicht auch nicht jetzt wirklich direkt kurz vor Weihnachten noch auf die Füße zu treten. Also man kann dann auch noch mal eine kleine Aktion zum Beispiel in den Januar legen und da noch mal den Last Call, die Last Order quasi annehmen. So, das ist die eine Zielgruppe. Da, wo es jetzt auch wirklich um aktuelle Fristen natürlich geht. Und dann haben wir in diesem Jahr noch mal besonders deutlich eine andere Kundengruppe im Fokus. Und das sind die freiwillig in der gesetzlichen Versicherten. Das ergibt sich einfach daraus, dass die Sozialversicherungsgrößen in diesem Jahr noch mal wirklich ordentlich angepasst worden sind. Viele haben in den letzten Wochen und Monaten schon Briefe von ihren Kassen bekommen, wo der Zusatzbeitrag angepasst wurde. Jetzt werden zum 01.01.2025 auch noch mal die sogenannten Höchstbeiträge nach oben geschoben, weil die Jahresarbeit-Entgeltgrenze und die Beitragsumessungsgrenze deutlich angepasst wird. Und ich glaube, spätestens da wird sich der ein oder andere auch überlegen, ob er in der gesetzlichen weiterhin das für ihn beste Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Und da würde ich mal langsam mal besichern ein dickes Fragezeichen dran machen. Egal, je nachdem, ob man Kinder hat oder nicht, über 1.100 Euro bezahlt man auf jeden Fall. Plus einen Zusatzbeitrag, der noch dazukommt bei den Kassen. Und da bietet die PKV und insbesondere natürlich die Hanse-Merkur in allen Tarifen wirklich eine mega gute Alternative und Lösung. Ist das für dich auch so als Kommunikationsprofi vielleicht so ein Aufhänger? Ich habe jetzt eine Überschrift gelesen, die fand ich auch großartig. Sie waren noch nie mal in der Bild-Zeitung. Beitragszunami in den gesetzlichen Krankenversicherungen. Wie würdest du da als Kommunikationsprofi jetzt rangehen, ohne dass man vielleicht die GKV auch komplett basht? Ja, tatsächlich, da schlagen auch wieder zwei Herzen in meiner Brust. Als Kommunikationsprofi, wenn es darum geht, jetzt noch quasi Jahresendgeschäft zu akquirieren, würde ich sagen, hättest du mal ein bisschen früher angefangen. Also da verfolge ich immer die Devise wirklich, dass der stete Tropfen wirklich den Stein höhlt. Und ich bin großer Verfechter von sogenannten Content-Marketing als Kommunikationsexpertin quasi. Content-Marketing beschäftigt sich ja damit oder hat die Devise, dass man eher informiert und damit Marketing für sich macht. Also quasi den Kunden auch aufklärt, natürlich mit einem gewissen Ziel, was man verfolgt. Und natürlich habe ich das Ziel, ich möchte meine Kunden überzeugen, in die PKV zu wechseln oder zu Hanse-Merkel zu wechseln. Das heißt also, mein Content ist dementsprechend natürlich nach diesem Ziel ausgerichtet, aber hat eher einen Informations- und Unterhaltungsfaktor. Und wenn ich das lang genug mache, also nicht erst seit Mitte November, sondern das immer wieder in Angriff nehme, egal eigentlich über welchen Kanal, ob ich Mailings verschicke, ob ich Postings mache, ob ich in meinem WhatsApp-Status mal immer einen guten Rat verteile. Das ist eigentlich völlig egal. Das kann auch in Präsenz tatsächlich sein. Also man sollte da tatsächlich so viele Kanäle wie möglich, die zu einem passen, auch nutzen. Aber dann verbindet der Kunde eigentlich meinen Namen mit solchen Themen und weiß, alles klar, ich habe festgestellt, ich habe nicht alles verstanden, was er mir erzählen wollte. Aber ich habe das gute Gefühl, wenn ich eine Frage habe oder wenn ich einen Bedarf verspüre oder der erweckt wurde durch zum Beispiel so ein Anpassungsschreiben auf meinem Tisch, dann bin ich bei meinem Vertriebspartner sehr, sehr gut aufgehoben. Das ist also quasi, da spricht die Kommunikationsfachfrau in Anführungsstrichen in mir. Und als Vertriebler weiß ich einfach, dass das Jahresendgeschäft eigentlich die beste Zeit ist. Das macht total Spaß. Da ist ein bisschen Druck dahinter. Da hat man ordentlich was zu tun. Da steigt der Puls. Da kann ich endlich zeigen. Also was heißt endlich? Aber ich kann echt zeigen, was ich drauf habe. Es geht über Erreichbarkeit natürlich. Also wirklich immer wieder für den Kunden da zu sein und auf mich aufmerksam zu machen nochmal. Und ja, von daher ist das eigentlich wirklich eine großartige Zeit im Jahr, wenn die Dinge dann natürlich am Ende auch so laufen, wie ich sie erhofft habe. Ich fasse das nochmal kurz zusammen, weil du hast mir gerade alle Fragen quasi schon beantwortet, was ich großartig finde. Das macht eben eine gute Vertrieblerin auch aus, dass du schon weißt, was ich eigentlich fragen wollte und was, wo ich hin möchte. Aber wenn ich es zusammenfasse, dann sagst du eigentlich, wenn ich richtig gut bin, stelle ich mich natürlich über das ganze Jahr breit auf und bin präsent in den unterschiedlichen Medien und Formaten. Ob Präsenz, ob Telefon, ob Social Media, ob ich eine eigene Landingpage habe, was auch immer. Also möglichst einfach da sein und meine Kompetenz auch darstellen. Definitiv. Okay. Und mit Ende des Jahres muss ich jetzt nochmal, wenn ich das jetzt irgendwie verpasst habe, weil ich bin vielleicht neu, ich bin jetzt neu im Vertrieb, ich fange gerade erst an und habe jetzt das große Glück, im Jahresendgeschäft anzufangen. Was darf ich denn auf keinen Fall vielleicht für Fehler machen, damit ich dann wirklich einfach auch positiv aus diesem Jahr noch rausgehe? Ich glaube tatsächlich, also da muss ich sagen, da bin ich der größte, der kriege immer ins größte Fettnäpfchen. Ich verzettel mich gern. Also ich nehme mir zu viel vor. Und da würde ich auch gerade in diesem Jahresendgeschäft empfehlen, wirklich eine klare Strategie sich zu überlegen, welche Kundengruppen ich wirklich anspreche. Und gerade bei der Kundengruppe, die jetzt von den klassischen Angestellten, die von den erhöhten Sozialversicherungsgrößen betroffen sind, wenn ich mit den PKV-Wechslern schon ordentlich ausgelastet bin und habe vielleicht auch tatsächlich ein paar gute Leads gekauft oder habe einen großen Bestand von Kunden, die bei einer anderen Gesellschaft gerade eine richtig große Anpassung bekommen haben, da soll es ja auch einige davon geben, dann konzentriere ich mich am besten auf die. Weil da habe ich Fristen einzuhalten, da muss ich jetzt agieren. Und das ist ja wahnsinnig komfortabel, wenn wir das sagen können. Den Rest können wir auch danach noch einsammeln. Also es hindert ja, der Angestellte, also der freiwillig gesetzlich Versicherte, hat auch nur eine Kündigungsfrist von zwei Monaten in der GKV. So, also den kann ich auch Ende Januar ansprechen oder vielleicht auch im Februar. Also mir tatsächlich einen Plan machen, was will ich jetzt noch erreichen, wen spreche ich an? Weil es ist ja auch ganz spannend, das ist ja im Vertrieb immer jedes Jahr das Gleiche. Die Uhren sind dann wieder auf Null, egal wie erfolgreich das Jahr war. Vielleicht magst du mir noch ein, zwei Sätze zu deinem Ausblick liefern Richtung, wie funktioniert die PKV im Jahr 2025? Also wir haben eine wahnsinnig gute Ausgangslage. Was wir mal, also was ich sagen muss, ich habe es immer so ein bisschen böses Bauchgrummeln, weil es ist sozialpolitisch ein echtes Problem, auf was wir dazu steuern. Jegliche Experten-Schätzungen gehen in deutlich erhöhte Beitragssätze noch mal. Die Kassen warnen jetzt schon wieder, wie viel Zusatzbeitrag sie eigentlich nach der Riesen-Zusatzbeitragsanpassung jetzt noch erheben müssten. In der Pflege wissen wir, sieht die Finanzierung sehr, sehr schlecht aus. Das sind alles ja gar keine guten Nachrichten für gesetzlich Versicherte. Und von daher, das heißt eigentlich im Umkehrschluss, dass die PKV mit den wirklich guten Lösungen, die wir anbieten, davon werden wir profitieren. Trotzdem, wie gesagt, löst es an mir tatsächlich gar keine Freudenstürme so richtig auf. Ich sage mal, wir sind da jetzt in einer guten Ausgangssituation. Zusätzlich haben wir ja gerade, das heißt gerade bei der Hanse-Merko, aber wir bauen ja den Bereich der betrieblichen Krankenversicherung aus, ein weiteres Geschäftsfeld, wo wir uns attraktiv neu aufgestellt haben. Und was sicherlich dann auch noch mal ergänzend mit dazukommen wird, um einfach zu sagen, wir bieten auch für gesetzlich Versicherte, die in der GKV sind, als starker Privatversicherer gute Lösungen an, um da eventuell auch mal was aufzufangen, wenn noch mal Leistungen gekappt werden. Weil so kann es ja nicht weitergehen. Es kann ja nicht auf einen Beitragssatz von 20 Prozent rauslaufen. Ich glaube, irgendwann wird der eine oder andere schon sagen, dann müssen wir eine Leistungsart aus der gesetzlichen rausnehmen. Und dann sind wir Privaten da. Ja, da möchte ich auch gerne noch mal, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auf den Podcast mit Volke Thezen verweisen. Der sieht das ziemlich ähnlich wie du, Caro, dass es so in den GKV nicht weitergehen kann. Dass wir da einfach, wir sitzen ja dann doch irgendwo alle in einem Boot hier als Bundesbürger in Deutschland, natürlich einfach aufpassen müssen, wie es weitergeht. Schön finde ich, dass du ja insgesamt einfach die Ausgangslage der PKV sehr gut siehst, speziell für die Hanse-Merkur. Und wir ja auch in der BKV wirklich diverse ausgezeichnete Tarife schon haben. Das ist natürlich schön, dass wir da einfach auch weiterhin gut aufgestellt sind. Möchtest du noch ein Schlusswort sagen, Caro? Happy 2025 jetzt schon mal an alle. Ein gutes Jahresendgeschäft mit einer klaren Strategie. Ich freue mich darauf, dass wir wirklich noch sechs, acht spannende Wochen vor uns haben, die dann vielleicht auch schon für das Ergebnis im nächsten Jahr zielen. Und ja, wünsche da bei uns allen wirklich viel Spaß. Und das wird auf jeden Fall gut werden. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie dabei waren. Und ich hoffe natürlich, dass Sie ein paar Tipps von Caro Wulff umsetzen können und damit ihr Jahresendgeschäft nochmal kräftig ankurbeln. Caro, bei dir möchte ich mich natürlich ganz herzlich bedanken, dass du da warst. Und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch übrig, dir schöne Weihnachten zu wünschen. Uns allen natürlich. Und ich hoffe, wir sehen uns im neuen Jahr dann alle wieder. Bis zum nächsten Mal.